Sie sind auf der Suche nach hochwertigen Wand- und Bodenfliesen oder Traumbädern aus einer Hand? Dann kommen Sie nach Gummersbach ins Fliesenhaus Oberberg. Wir leisten die individuelle Badplanung, haben stylische Sanitärobjekte und alles für die dekorative Wandgestaltung. Accessoires und Frottee-Artikel runden unser Angebot ab. Kommen Sie einfach vorbei. Unser Team freut sich auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020